hallo und herzlich willkommen zurück bei soma so ich habe ein bisschen angst dass wir die gute frau amy leider töten müssen ich glaube wir müssen um strom zu erhalten müssen wir glaube ich das ding hier ziehen weil es geht halt nirgendwo mehr weiter wir kommen hier überall nicht weiter dann ja hier ist auch nirgendwo einen weg nach weg glaube ich das bevor ich die jetzt kill möchte ich mir da schon sicher sein die arme frau die können doch nicht zwingen die leute zu töten ja und ja mal dem auch hier geht es nicht weiter dann da geht es auch nicht weiter da komme ich auch nicht durch und hier können wir nicht weil zu wenig strom und hier ist da können auch nicht durch oder komme ich nicht durch ich befürchte ich muss die töten online boah wie brutal ich glaube ich komme glaube sonst nicht weiter ich befürchte wir kommen sonst nicht weiter so jetzt nochmal hier im schnell schritt und bitte schreie nicht okay bitte schreie nicht ich tue es nicht mit absicht tut mir leid ich habe sie gehört aber jetzt aber strom jetzt haben wir strom oh gott das ist so übel stromversorgung stabil gesundheitssystem strom an gleise strom an sicherheitssystem strom an boah nee boah wie brutal aber ich komme sonst nicht weiter das ist richtig fies ist einfach nur fies wenn man dazu gezwungen wird das ist echt richtig hart so und jetzt müsste man hier nämlich genug strom aus strom an und jetzt hier wir wollen nach täter oh man jetzt jetzt können wir natürlich fahren hier ob sie london bb ist also von a nach b gelaufen und jetzt fahren wir nach lamp da und von da aus könnte man dann doch hier 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 2 füllbare luftschleuse ne flutbare luftschleuse reparaturset duplex pumpe mehrzweckreiniger und das ganze zeug nein 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 lass die tür ruhig hier kann ich mich setzen oh tatsache okay okay müssen sie exit brauchen wir jetzt nicht okay das heißt wir ziehen mal ein hebel und noch ein hebel licht an türe auf und starten und wohin wollen wir wir wollen nach lamp da ne ziel hat bestimmt ja da soll man ja die die andere frau treffen ich hoffe das war nicht ich habe kein gutes gefühl ich habe kein gutes gefühl bei der ganzen sache hier um welcome to pathos 2 your expressway to the stars what started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the omega space gun the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes our unique atlantic ocean location allows for this gigantic coil gun running longer than a marathon to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky compassion the station has a diverse staff of engineers and scientists together they are able to produce assemble and launch the world's most sophisticated spacecrafts in addition to our principal operation and they must do is also the home for multiple research projects within the marine sciences including hydroculture turbulence and deep-sea construction we are now leaving place in the national park moon on days transportation hub there you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station okay Okay. Pathos 2. Die haben alles. Warnung, Gleis blockiert. Was? Was? Warum? Nein! Mist. Mist. Was ist jetzt schon wieder los? Ähm, ähm, ähm. Aufstehen. Emergency. Bam. Okay, okay. Uuuuh. Oh man, warum? Ich wollte doch so schön da fahren. Warum darf ich jetzt schon wieder nicht rumfahren? Muschel. Oh ne, nicht schon wieder Wasser. Hahaha. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist da jetzt schon wieder? Telefon oder was? Telefon? Tatsache. Simon. Simon, bist du da? Katharine, bist du da? Ich bin auf meinem Weg, aber dann ist das Schuttel-Train... Es rief. Bist du okay? Das System sagt, dass die Stärkung der Stärkung enthalten hat. Nein, ich bin nicht gut. Was passiert in der Welt? Warum sind wir unter Wasser? Du bist wirklich aus dem Platz, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du wunderschön bist, aber du bist so nah an Landa. Wenn du einfach weiterhörst. Wie nah nah? Kann ich da gehen? Ja, aber der Tunnel ist geschlossen, um die gesamte Struktur zu verhindern. Was musst du finden, ist die Stärkung der Stärkung. Es wird außerhalb. Stärkung? Kein Problem. Was ist das? Was ist da passiert? Ich muss gehen. Ach, die hieß Catherine. Die hat schon aufgelegt, Junge. Und die hört dich nicht mehr. Boah, ich weiß nicht, ob mir der... Kann man der trauen? Ich hab ja keine Ahnung hier. Ähm, Exit! Ich glaub, da müssen wir entlang. Aber ich würd gern trotzdem mal gucken. Da ist nämlich auch wieder so ein Dings zum Kaputtmachen. Ich mach den ganzen Virus hier kaputt. Oder ist das nicht gut? Weil letztes Mal ist uns das Ding fast geplatzt hier. Da, reingreifen. Bitte. Boah, nein! Steckt euch nicht die ganze Hand da rein! Bäh! Oh, 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 oh. Ich glaub, ich muss da ganz schnell abhauen. Bevor das Ding springt. Ähm, kann ich... Ach, hier! Auf! 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 Runter! Und runter, da hoch. Okay. Oh, nach oben. Ja, bitte, nach oben. So. Mann, 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 Mann! Da geht man einmal zum Arzt! Dann landet man unterirdisch irgendwo... äh, unter Wasser irgendwo. So, können wir die versiegeln? Mit Omnitool schwenken? Dann landet man wieder in der Tür. Ernsthaft? Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Jetzt nicht dein Ernst! Oh! Wir hätten jetzt... Jetzt flutet gleich der ganze Ding! Mann! Mann! Oh, der ist kaum ein Monster! Irgendwas passiert doch jetzt! Wir werden doch nicht ohne Grund zurückgeschickt! Okay, jetzt aber schnell! 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 Was... Was ist da? Warum ist das so, wie es ist? Wieso? Dann... Ah! Nein, 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 nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Nein, nein, nein! Ist nicht euer Ernst! Ist nicht euer Ernst! Licht aus! Das? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Oh Gott! Kommt der jetzt hierher, oder was? Ich brauch das Omnitool! Oh Gott! Oh Gott! Ist das jetzt... Das Monster oder was? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich baut das Omnitool. Ist er weg? Ne, oder? Ich seh nix. Boah, das blendet. Aber das ist eigentlich nur das Scheibenlicht vom... Scheinwerferlicht von dem... Ich glaube, da steht da gar nichts. Haben wir uns das nur eingebildet oder was? Ne, hier ist doch jetzt gar nichts. Oder ist das wieder weg? Gib mir das doofel Omnitool und dann verpieseln wir uns. Aber ratzefatze hier. Weg mit uns. Weg mit uns. Boah, dieses Spiel, ey. Alter, vielleicht reicht alles nur in der Psyche, Psyche, wo hier stattfindet. So, schnell da rein. Schnell da rein. Schnell da rein. Uiuiuiuiuiuiui. Zack, und nach oben. Bitte. Manometer. So, da sind wir wieder. Mit dem Omnitool schwenken und... So. Nein. Oh nein. Ach so, ja. Boah. Wieder ab unter Wasser. Wieder ab unter Wasser. Ähm, ähm, ähm. Wo geht's jetzt raus? Wo geht's jetzt raus? Boah, spiel. Mach nicht so'n Käse. Ah, okay, ah, okay, warte. Ich klemm mich hier grad selber ein. Äh, hier. Leiter. Nach oben. Mano, 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 man. Und hoch mit uns. Hm. Also, ich weiß wirklich nicht, ob ich mich irgendwie mitten im Ozean wohler fühle oder in so engen Tunneln. Einfach den Lichtern folgen, würde ich sagen. Haben wir doch vorher auch hinbekommen, Simon. Zusammen kriegen wir das schon hin, hoffe ich, glaube ich, denke ich. So. Ich mein, ich kann ja auch einfach ausmachen und Simon alleine auf dem Ozean stehen lassen. Iiiiih, guck mal. Wie die seitlich abhauen hier. Bäh, ich glaub, das sind aber die einzigen Wesen, die vor mir abhauen. So. Da rechts geht's, glaub ich. Muss man hier entlang. Immer schön dem Weg folgen, Simon. Immer schön dem Weg folgen. Höre ich da ein Wal oder was? Und da sind Lichter, also müssen wir wahrscheinlich dahinter. Und da sind wir bei... Bei... 350 Meter. Lambda. Bei 350 Meter wahrscheinlich. So, komm. Kein Problem. Aber schön ist, dass der nicht so schwerfällig ist. Jetzt weiß ich aber nicht links, rechts rum. Da ist, da ist. Lambda. Lambda. Da muss ich dann hier entlang. Da war aber auch Licht. Ne, egal. Ich geh jetzt hier entlang. Ich glaub, man hat gar nicht so viele Möglichkeiten, sich zu verlaufen. Was? Mein Kopf? Oh oh. Oh oh. Da ist schon wieder irgendein Viech. Ich seh nur so einen ganz schwachen... Machen wir mal kurz das Licht aus. Roten Schimmer. Nein, nein, nein. Nicht da drüber jumpen hier. Da vorne ist ganz, ganz leicht nur so ein roter Schimmer. Der fährt da grad. Ich will nicht, dass der mich sieht. Immer dasselbe jeden Tag. Dann fahr doch mal woanders hin. Komm. Nein, nein. Nicht zu nah. Nicht zu nah. Okay. Ich hoffe, der fährt nicht zurück. Doch, der fährt zurück. Mann, geh weg. Verpiesel dich. Bitte. Mann. Er muss da durch. Geh weg. Ich glaube, ich muss da. Es brennt mir noch immer in den Augen. Du hast keine Augen. Du bist eine Maschine. Ne, der guckt doch jetzt in meine Richtung. Ne, jetzt nicht, oder? Doch. Doch, der fährt grad zurück. Oh nein, 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 nein. Schwarze Blut in meinen Adern. Ich glaube, da ist irgendwas. Die haben doch irgendwas, die Maschinen. Auf jeden Fall sind sie nicht mehr ganz sauber. Nein, nein. Ich habe echt Angst, dass die mir halt dann eine runterhauen. Ja, ja, ja. Nein, ich will hinter dir sein. Aua, 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 aua. Lauf, 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 lauf. Renn, renn, renn. Ah, lauf, 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 Simon, bitte lauf, bitte lauf. Lauf bitte einen Schritt schneller. Warum läufst du nicht so schnell, wie ich das gern hätte? Ähm, da, da hoch vielleicht. Uh, 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 komm, schnell, 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 schnell. Da, da, Lambda. Ich glaube, ich habe Lambda erreicht. Schnell mal rauf. Komm, bevor der Typ da kommt. Uh. Okay. Okay. So, und auf. Das sieht auch nicht so aus, als wäre das bewohnt hier. Eine Errungenschaft auf Catherines Spur. Ich befürchte, die ist auch schon ertrunken hier. Ist doch alles unter Wasser. Wie soll denn das funktionieren? So, okay. Oh. Ein roter Helm. Damit wäre ich bestimmt richtig schick. So. Jetzt haben wir hier alles leuchtet. Bringt mich aber nicht weiter. Tja. Ähm. 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 Bitte was? Ähm. Bilden wir uns das nur ein oder so? Oder äh. Da stand doch gerade irgendwie irgendjemand oder nicht. Ist das Giftnebel was da? Nein. Boah. Catherine? Schau ihn nicht an. Okay. Ich schau ihn nicht an. Ich seh niemanden. Ich schau ihn nicht an. Wie so ein Albtraum oder so. Hohoho. Ich will nicht. Ich will in den Schrank sitzen. Ah. Hilfe. Hilfe. Hallo? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, Catherine? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja? Nein? Achso, du bist verletzt. Oh, warum? Immer alle sind so verletzt. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? I'm right next to you. Was? Nein. Nein. Ich dachte nein. Warum ne Maschine? Oh. Oh, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. I can't take it anymore. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure is how it looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking, diving suit with some electronics left on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I... I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay. Focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You've got to be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opening? I picked it up at Upsilon where I woke up. I don't have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Nein, warum ist das auch eine Maschine? Wenn die Omnitool ist, just plug my Cortex-Chip into the tool. What's a Cortex-Chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Ja, ich such ja das Ding, du. Ach da. Oh, man. Lambda Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connector. Uh, Catherine? All right. Ach du Schande. Ähm, ja. Klar, warum ich... Nein, das ist ein Haferseucht. Cortex-Chip bound. Shutting down, Helper G. Have a nice day. Pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, uh, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Ugh, weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it said before? You're from Toronto? Yeah. I just went in for a brain scan, and suddenly, here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Ähm. Ähm. Ähm, ja. Ich befürchte etwas. Ich will es aber gar nicht wahrhaben. Und ist das der Raum, wo ich jetzt hier durchgucken soll? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Gar nicht sicher. Ähm. Die, die, die. Man wird einfach gerade mit Informationen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Äh. Alter Schwede. Nein. Ich will nicht. Ach. Mach zu, das Ding. Oh Gott, das ist weg. Was ist da los? Ich kann das nicht mitnehmen. Oh. Oh, ist auch alles nur Schrott. Ja, ich soll irgendwie da rüber, aber... Hallo? Hallo? Da bricht gleich das Zeug ein und... Die hat doch gesagt, wir sollen in den Gegenüberliegenden... Oder halt in den Nebenraum gehen und die Daten anschauen, oder nicht? Äh, 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 sind die Türen jetzt auch offen? Meint die vielleicht den Nebenraum? What happened before? Just check the computer. Ah. Ah. Oh man, oh man, okay, hier. Daten wiederherstellen von der ARC. Arche. God. Ähm, Meinungsumfrage. Interview 1. Robin Bass. If we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in fever then? I think it's really important we do this. What are your thoughts on the ARC? It's a great idea. Finally we have something to do, am I right? Are you optimistic about the project's chances of, um, about the ARC reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy.